Hallöchen, ihr Lieben, ich habe wieder ein Karten-Update für euch. Ich habe wieder ein paar Karten gebastelt, die zeige ich euch jetzt mal. Und zwar wieder eine Osterkarte, einmal diese hier. Ich mache mal ein bisschen Platz. Dann wieder die, die finde ich einfach schön und schlicht. Da habe ich auch noch diese gemacht. Dann habe ich hier, wo ich die Hasen ausgestochen habe, so, habe ich mir gedacht, die kann man ja auch mal verwenden. Und habe dann die gemacht. Da bin ich beim Umranden abgerutscht, deswegen musste ich da so Flecke draufmalen. Eigentlich sollte es so aussehen, vom Rand her. So, dann habe ich mal eine Hello-Karte gemacht. Die finde ich auch sehr schön. Mit dem Fahrrad, ein bisschen Glitzer drauf, ein paar Blümchen. Eine gute Besserungskarte, weil ich habe nämlich jetzt so eine Stanzen für Pflaster. Habe ich mir in China bestellt gehabt. Und die finde ich aber voll süß. Musste ich selber schreiben, weil dafür habe ich keinen Stempel. Dann habe ich noch eine Geburtstagskarte gemacht. Happy Birthday. Sehr, das blendet hier ein bisschen mit meiner Lampe, war. Ich glaube, ich muss mir mal eine Softbox anschaffen. Ein bisschen in blau gehalten. Dann habe ich schon mal Valentinstagskarten gemacht. Und zwar diese hier. Die finde ich richtig schön. Die gefällt mir richtig gut. Und diese hier. Da habe ich noch mal so Glitzersteine mit reingeklebt. Ja. War ich wieder ein bisschen fleißig. Ich werde wahrscheinlich mal ein paar Karten mit in meinen Shop machen. In meinen Shop stellen. Den Link packe ich euch unten mit hin. Ja. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr ja mal gucken. Ansonsten sage ich erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Liebe Grüße von mir an euch. Ich, von mich an euch, von mir an euch. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Okay. Also, das war mein kleines Karten-Update für euch. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Grobi. Tschüss.